So Leute, jetzt willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dodo Wars. Arsch! In der letzten Folge haben wir einen Spino gezähmt. Also noch nicht gezähmt, aber wir haben ihn runder geruppt. Ich war jetzt gerade Prime Meat holen, aber leider ging ich leer aus. Schade, schade, aber mein Gott, was soll man machen? So, Mulaka, da hinten, genau. Problem ist halt, wir haben halt keine Raptoren, was die Prime Meat Jagd deutlich verschwert, weil wenn wir nicht rechtzeitig da sind, ist es vergammelt. Genau. Na gut, ja, also mit dem Raptor hätten wir es echt deutlich einfacher. Aber die Verlockung war ja zu groß, den Spino zu zähmen. Und es hat ja auch geklappt. Theoretisch. Es wird jetzt einfach nur länger, es wird unendlich lange dauern, scheiße. Ja, sonst sucht ihr doch einen Raptor eben schnell. Ja. Meinst du, kriegst das hin alleine? Wahrscheinlich. Geh mal davon aus. Nimmst du hier Dingens mit, Angela und ich pass hier so lange auf Dr. Edgar auf. Dr. Edgar? Lass den noch Paschulke nennen. Ah ja, dann ist unser Nachbar. Der braucht gar kein Haus, Alter. Der Junge, der ist ja ein Haus. Der ist ein Haus, ja. So, ich muss jetzt vorsichtig gucken, dass der Alpharaptor hier nicht mehr in die Fresse springt. Ich sammel so lange, wie das Vieh dann da liegt und isst und nicht isst Bären und mach Narkotics, weil ich denke mal, 14 werden definitiv nicht reichen. Ich hoffe, keine Drecksfiecher kommen da an, um ihn anzugreifen. Aber wir haben ja hier eigentlich alle Kumpis erstmal gecleared, die hier waren in den letzten drei Folgen. Ich hab Fundamente gesetzt. Komm mal, IG1 noch um den Dilo. Alter, hier war echt vorhin ein Alpharaptor. Ich hab echt Schiss. Ja, der wär jetzt nicht gut. Den locke ich einfach zum Spino. Ja, gute Idee. Aber er ist anscheinend weg. Er ist weitergezogen. Ja, aber langweilig. Ja, aber langweilig hier. Wir sind nicht mehr gekommen. Oh, lol, da ist ein Kano. Level 40. Ja, ich hab doch hier den Dingens. Warum nehme ich Spatakus nicht? Ich bin doch blöd. Jetzt warst du gerade ohne Spatakus. Aber was greift der denn an? Wahrscheinlich irgendeine Mücke. Tja, okay. Okay, also Level 40er Kano gammelt da rum. Ist natürlich nichts, ne? Fatsch, bei Bonn's und Scheiß, Alter. So was zämlich guck ich gar nicht erst mal in der Rosette an. Ja, unglaublich. So ein Müll braucht niemand. Abfall. Einfach Abfall. Biologischer Abfall. Ja. Wieso? Ich hab nie eine scheiß Narko-Beere. Ist das kacke, das Game? Oh, da ist ein Raptor. Wuhu, Level 72. Oh, fuck. Wie viel Narko-Pfeiler hast du noch? 19. Ja, das müsste reichen. Ach, scheiße. Ich bin aber nicht bei dir, ne? Ja, ja. Ich komm zurück. Ich brauch auch noch Narko-Feilig, Vollidiot. Und Narkotik vielleicht auch. Wenn du welche hast. Ja. I'm hurrying. Ich bin ein Russer-Fan. So. So. Hier 15. Ach lord, wir haben ja noch 22. Hast du ihn nicht mitgenommen? Oh. Nö, scheinbar nicht. Ja, Problem gelöst. Easy. Achso, Pfeile oder Narkotik? Nee, Easy ist im gegnerischen Team. Ach, du bist gar nicht Easy. Nee. Wo bin ich dann? Manuel Neuer. Hi! Alter. Ich komme zu dir. Und du gib mir einfach all deine Narko-Pfeile. Dann müsste ich genug haben für den Raktor. Alter, Narko-Pfeile. Ja, ja, ja. Gib mir all deine Pfeile. Ja, ja. Ich gebe dir gleich meine Pfeile. Schieß auf dich damit, so. Wo bist denn du jetzt hier? Hallo? Sugar, sugar. Da. Ja, fahren nur mal schön Bären. Wehe, du hittest den Spielern. Der kriegt übrigens 35 plus Level. Ja. Aber das wird halt eine Ewigkeit dauern. Ja. Im Arsch hier von dem. Achso. Guck, guck da rein. Welches Level waren die anderen beiden eigentlich? Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet vorhin. Wie die anderen beiden? Ja gut, auf der Insel sind jetzt nicht viel mehr andere als wir. Ja, ich kann ja sein, dass du Dinos meinst. Nee, nee, nee. Ich glaube, dener war 26. Und der war der, der niedriger war von beiden. Also, wenn ja nicht... Die haben jetzt schon langsam Metallwaffen eventuell. Armbrüste haben sie bestimmt. Frösche sind tatsächlich so ein bisschen... Frösche sind tatsächlich... So, da oben rennt er. Ach, er rennt weg. Warte mal, wie viel Leben hast du? Du hast vor uns leben. Come on, schnapp ihn. Come on, schnapp ihn dir hier. Der kann tanken. Wenn du einen zweiten siehst, wäre ich da nicht abgeneigt, ne? Ja, das Ding ist 72... Level 72 Raptor dauert natürlich wieder zu zähmen, wie sonst was. Ja, aber nicht so lange. Also, jetzt vergleichbar mit anderen. Wir haben... Ja, da ein bisschen Glück. So, der ist hier gerade über den Hügel. Das ist natürlich kacki. Aber anscheinend ist er verreckt, weil hier lebt nur eine Schildkröte. Oh, ich höre. Ach, ne, Dilo. Yo, erstmal meine Schuhe zerstört, du Wichser. Schwöre, den... Mit einem Rotzer. Das wird der bereuen, wenn er bei uns im Team ist. Ne, ne, der Dilo. Ach so. Das ist ja das Schlimme. Ist der denn jetzt hingeatzt? Arz-Symp-Party. Dingel-Lingel. Ach so, Entschuldigung. Das ist doch ein bisschen asozial, ne? Verhalten sich nur asoziale Schuldigung. So, was haben wir denn hier? Okay. 200 Narko-Bären. Bin ich auf beiden Ohren scheiße? Ja. Hä? Er ist weg. Da, oder? Wenn er gleich bei mir ist, sag ich Bescheid. Wer ist der Stego? Der muss ja doch irgendwo sein, hä? Der ist hier über die Klippe. Oder hat er dann die Biege gemacht und es hoch zur Spitze? Er holt jetzt seine Alpha-Brüder. Ja. Ja. Ja, der hat mich gerochen. Jungs, hier ist er. Jungs, ich habe ihn. Der will mich. Er ist einfach nur ein Lockvogel von den Alpha-Boys. Ja. Oder das ist ein Alpha, der sich abgewaschen hat. Ja, der tarnt sich. Verarschen. Er kämpft auch nichts. Also, das ist echt gerade merkwürdig. Oh, dahin? Jo, ich habe ihn. Ah, ist aber... Er ist damaged. Mal gucken. So, das sollte jetzt mal reichen. Guck mal, guck mal. Was macht der Hannes da hinten? Was macht Paschulke? Bist du dran, Angela? Nein, 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 nein. Doch nicht. Uh, okay. Ja, der braucht dringend Narkothek. Scheiße, jetzt kommen natürlich gerade Kompis. Geht er drauf? Sehr schön. Oh, jetzt sind natürlich noch die Schildkröte. Oh. Was denn jetzt hier Mücken auch noch? Mann. Ja, das wäre zu einfach, oder nicht? Oh, ne Scheiße. Was denn noch? Was? Noch eine. Jawohl. Rein. So, Schittin. Gib mir Schittin, du Fotze. Ich muss die ja reparieren. Fotze, sag mal nicht, du Uhrensohn. Ja, komm. So, haben wir es jetzt, alle, Mann. Mein Gott. Papa, nee. Wo ist der Raptor jetzt? Toll. Oh, ich habe kein Wasser mehr. Auch toll. Mann, jetzt ist der Raptor weg. Durch... Ne? Ne? Er hat uns Stego gegen den Raptor gekämpft. Genau hier. Die können ja nicht vom Erdboden verschluckt sein. Wie, weggerannt? Nein, hier ist der Stego. Das ist kein gutes Ohm. Ich will doch nur den Drecks Raptor. Das kann doch echt nicht sein. Oh ja, der Stego ist beschädigt. Ich würde sagen, der Raptor hat gelitten. Äh. Geil. Mmh. Nice. Schoko, Schoko. Oh, was zu saufen. Scheiße, ey. Gönn dir, mein Sohn. Ja, ne, ne, ein Flüsschen. Ne, ich bin natürlich genau von Mitte hier. Huah. Hine. Geh doch. Geh doch noch. Ja, dann gehe ich kurz mal eintrinken. Auf dem Weg finde ich vielleicht was. Was mir gefällt. Ne, du bist hässlich. Hm. Natürlich nicht zufriedenstellend hier. Wieder mal. Dumme Scheiße. Was war die los? Und wir rennen einfach durch. Ja, jetzt habe ich langsam echt Durst. Habe ich Bären? Natürlich nicht. Ja, bei dir läuft gar echt gut, ne? Ja. Hey, aber unser Spino ist halt immerhin schon bei 10%. Ach, wie viele Minuten. Wer kommt denn hier wohl? Und wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück. Scheiß, Sumpf, Scheiß, Sumpf, Scheiß, Sumpf. Komm zu mir, Angela. Du passt da durch. Ich glaub daran. Glaub fest daran. Angela. Komm hierher. Ja. Ja. Ja, so. Raptoren. Verpiss dich, Dodo. Mano. Ich will einen Raptor. Am besten low-level. Oh, Leute, hier ist so eine Giraffe. Level 20. Ja, gut, jetzt... Ne, ne, der ist leider verreckt. Was denn? Ich würde jetzt nicht stattdessen eine Giraffe machen, sondern... Ne, 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 ne. Oh, ein Raptor. Giraffe machen wir irgendwann anders. Aber ich find halt keinen, ey. So eine Scheiße. Aber das viel verballert hier ganz gut Narkotiks, ne. Also... Bin grad echt... Oh, Titan... Der hat eine Titanboer geknallt hier. Und noch eine. Jo, warte mal. Die geben doch auch Prime Meat. Ja, aber bist du in der Nähe? Scheiße. Die scheiße Insekten haben's geknallt. Boah, Alter, fuck. Wow. Okay, komm einfach mal mit, Angela. Der knallt da gerade den ganzen Wald weg. Die brauchen wir im Team, der ist geil. Oh, natürlich ist er level ab. Yo, er hat ein Prime Meat dabei. Ich komm mal zu dir. Aber jetzt hab ich natürlich keine Ausdauer. Ich würde sagen, in acht... Ja, in 18 frisst er wieder... 18 essen. Knallt! Drecks Mückenvieh. Alter, sind das kuckige Scheißwiese. Toll. Abgestoppen. So, ich, äh... Ja, ich spurte mich. Aber es hab ich auch trotzdem ineffizient jetzt für einen Prime Meat... Ja, aber besser als nix. Also, das ist hier ein Prime Meat. In acht Minuten hat er das, äh... Also, wenn du jetzt gleich da bist, in sieben, isst er. Wie in sieben Minuten, oder was? Um essen, sechs essen... Ne, Junge, ich bin auf der anderen Seite vom Berg. Deswegen sag ich. Okay, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich einfach weiter Raptoren suchen. Ja, ich glaub, das lohnt sich eher als... Ich muss hier grad echt... Also, ich bin hier grad echt der Narkotik-Boy, weil... Das Vieh verschwingt so viele Narkotiks. Unglaublich. Hier muss doch irgendwo ein verfickter Raptor sein, Alter. Es kann doch nicht sein. Es ist doch echt nicht wahr. Eine dumme Scheiße. Ist der Wahrheit. Mal davon ab, hast du einen Sattel? Für einen Raptor, ja. Die kann man ja easy craften. Ja, ich mein nur, ob du dann... Ist ja nicht das Problem. Ich scheiß inzwischen echt auf die Alpha-Viecher. Ich seh auch weit und breit keinen davon mal ab. Ach, komm, verpiss dich doch. Ist der Dino. Ja, da hast du hier eine Linke bekommen. Und eine Rechte. Ne, da auch noch. Da, mitkommen. Alter, ihr seid alle scheiße. Man, ey, ich hab hier mehr zu kämpfen, als zu zähmen, ey. Das ist echt kacke. Ja gut, andersrum wär auch krank. Glaube ich. Oh, da und ist der Alpha-Raptor. Ich verpiesel mich. Lalalalalalalalalala. Aber ich wette, um den Alpha-Raptor sind richtig viele Raptoren, weil die einfach... Er greift ja alles an, außer die. Die werden einfach mit. Was ist denn das? Achso, ein Eierboy. Warum rennt der weg? Den sprintet auch eine Dagi. Äh, ein Raptor. Der ist aber übel. Toll, gerade verreckt. Ich hasse euch alle. Ich bleib einfach mal stehen und der Kader macht das. Das ist echt der Shit, ey. Und immer wenn ich ein Seewörter gerade gemacht, ey. Das ist echt das Problem mit den Drecksraptoren. Und du, ist jetzt hier mal der Prime-Mate, komm. Komm, mach die. Grundruf. Beste, Angela. Ah, die levelt ganz gut, muss ich sagen. Oh, fliegt denn der hin? Ah, mann. Jo, ich hab einen. Ich bin blind. Alter, wie viel ich bei dir gerade läuft, ey. Alter, ist schon 164 jetzt. Aber, oh man, jetzt ist Nacht. Ja, da sehe ich die Alpha-Raptoren eher. Oh, was ist denn da los, Alter? Pogo, nee, Strobo-Sonne. Strobo-Sonne. Mann, jetzt hat man für ihn schon... Jetzt habe ich halt keine Chance, einen zu finden, irgendwie. Alter, das ist alles für den Arsch, ey. Manchmal läuft es einfach gar nicht. So, manchmal haben wir Folgen, wo du denkst... Geil. Läuft. Aber ich meine, wir sehen gerade einen Spino. Ihr könnt jetzt schlechter laufen. Das dauert so lange. Ja, aber dann ist Zeit, die wir schon mal investieren müssen. Oh, Leute. Ja, ich komme wieder langsam so Richtung zu dir, weil irgendwie ist das hier alles scheiße. Okay. Also bei Nacht kann ich halt echt knicken, erst mal. Ich gucke hier nochmal in die Richtung. Ja, jetzt kannst du halt echt knicken, ey. Ich sehe nichts. Das Einzige, was ich sehe, sind wahrscheinlich dann Alpha-Raptoren am Horizont. Wenn die da so lange fackeln. Es ist halt echt schwarz wie die Nacht, ey. Ha, ha. Mach doch gar mal hoch. Da habe ich heute... Oh, okay. 2,8 ist Cap. Angela. Kommen sie. Ja, nicht im... Nicht im Kopf durch den Baum stecken. Komm hier lang. Ja. So, jetzt hier. Jawohl, der läuft. Ja, es wäre jetzt ein super Zufall, würde ich jetzt nur irgendwie über den Abloh laufen. Super, Pupa. Aber manchmal sind die zufälligen... Die zufälligen halt, ne. Manchmal ist das einfach so. Komm hier dann. Die Lo, Alter, die fucken mich auch ab. Noch eher. Ja. Ja. Mach die doch, Junge. Ich sehe halt auch nichts, ey. Jetzt bin ich auch noch blind. Jawohl. Jawohl. Wieso der Namenszug verschwindet. So. Alter, könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen? Heilige Scheiße. Heiligs Blechle. Vor allem, man sieht die auch nicht irgendwo liegen, Alter. Weil die so klein und fickig sind. Na, dann könnt ihr mal meine... Die hier in Ruhe lassen. So, was ist jetzt schon wieder? Boah, ey. Muss ich mal füttern, hier. So. Is. Lecker. Und ich stelle mal Lederklamotten her als Ersatz, ey. Das ist echt gerade. Weil ich kann ja nur in... In der Werkbank reparieren, die Kacke. Oh, je. Aber ich habe ja einen Stego. Den kill ich gleich. Vielleicht hat der Primate dabei. So. Boah, Level 96. Der hat auf jeden Fall Primate dabei. Alter, richtig in den Arsch. Aua. Jawohl. Kräftig zu... Kräftig. Deftig. Würde sich gut. Diesem Kano will ich echt nie begegnen. Also... Level Up. Ja, Level 34, Junge. Nein, nein. Rutsch nicht weg. Nee, jetzt Levels. Warst du 90? Nee, 38, ne? Please. Please! Okay. Wollen die mich verarschen? Ich bin Level Up. Ach, schön. Ey, die wollen mich verarschen. Holy shit. Der ist Level 96 oder so und ich kriege kein einziges Primate aus ihm raus. Hast du vielleicht was bekommen? Okay. Das ist echt eine Wichse, ey. Entschuldigung. Ne, ist in Ordnung. Sollte mal hier wieder. Raptor! Rabi, Raptor! Rabi! Fickmücke, dich hab ich nicht gerufen. Äh. Wie geht's bei dir so? Was machst du? Och, ich mach grad hier Narkosemittel. Dann geh ich Bärenfarmen. Dann mach ich wieder Narkosemittel. Dann geh ich Bärenfarmen, weil das Vieh fickt einfach die Narkosemittel. So weg, ne. Das ist echt. Ich renne einfach die ganze Zeit um den Kackberg und versuche einen Raptor zu finden. Und wenn ich einen finde, stirbt der gerade oder rennt weg oder tausend Viecher strömen auf mich ein. Ich meine, die Angela, die knallt die alle echt ohne Ende weg. Hier schon wieder Wichs drohen, Alter. So, euch loot ich jetzt. So, Schittin. Wichser. Da auch noch. Scheiß-Ex-Ameisen. Der andere ist mir egal. So, weiter. Vielleicht nochmal oben auf den Berg gucken. Beclimb. Oh, leu. Oh ja, oh, ist Ende. Oh, ist schon wieder soweit. Ja, Leute, das war eine unzufriedenstellende Folge, aber so ist das nun mal. Aber wir zählen, wie weit ist der Spino? 15 Prozent. Was? Das Vieh dauert, das braucht halt ewig. Scheiße. Ja. Das dauert mit Sicherheit noch, wenn es so weitergeht, bestimmt noch vier bis fünf Folgen. Da müssen wir uns irgendwas überlegen. Ich meine, Spino ist todeskrass, ne. Aber, also wenn wir den haben, ist echt Ende. Dann ist es einfach offiziell vorbei. Also, ich meine, das, deswegen... Aber das ist natürlich sein Preis. Deswegen haben wir jetzt so eine Folgen. Das ist natürlich kacke. Ja, dann wechseln wir uns halt immer ab, dann... Ich meine, so eine Folgen. Bei dir ist es ein bisschen mehr Action als bei mir. Ich mache halt nichts anderes als Larkotik. Bei mir ist es einfach nur nervig. Also, für mich, ja. Okay, das war eine weitere Folge. Dodo Wars. Nächst mal wieder bei Marcel. Ich bin gespannt, was die anderen machen. Ey, die planen bestimmt wieder. Aber, na gut, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ja, der Level 72er Raptor hätte uns echt gut getan. Ist ein bisschen unlucky gelaufen, ne. Dass ich keine Narkosepfeile und Narkotiks mit hatte. Und als ich wiederkam, war er einfach tot. Beziehungsweise, dann habe ich ihn nochmal gesehen. Ey, ihr habt's ja gesehen. Wir haben jetzt langsam ein leichtes Leck, was Reittiere angeht. Das ist ein bisschen problematisch. Wir haben zwar jetzt ein Level 164er Kano oder so. Aber keine Reittiere. Ja, das ist doof, weil dann rennen die uns einfach weg. Da müssen wir uns echt was überlegen. Zum anderen ist der Herr Paschulkel so langsam am Zähm. Da müssen wir uns auch was überlegen. Aber das und viele weitere womögliche Lösungswege in der nächsten Folge bei Marcel. Da oben. Und da findet ihr die letzte Folge. Tschüss, Gens. Tschüss. 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 Vielen Dank.